servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal heute mit einer kleinen etwas anderen geschichte als sonst denn wir holen uns noch ein mount welches ich unbedingt haben möchte in mist of pandaria remix für das ich auch schon quasi den grundstein gelegt hatte aber welches ich mir bis jetzt einfach nicht geholt habe aus welchen gründen auch immer nennst wie ihr wollt und genau das machen wir jetzt noch es geht um die goldene wolkenschlange die ich euch schon mal gezeigt habe wo ich aber ehrlich gesagt nicht sicher bin hier nee diese spektrale goldene wolkenschlange ich glaube sie ist nicht da mit drinnen aber sie gehört bei den remix pandaria erfolgen mit dazu nämlich hier schlange des astralkaisers schließt zwei der folgenden erfolge mit einem zeitläufer ab suche nach gruppe teil der ewigen blüten das ist ziemlich easy das werdet ihr so oder so hinkriegen dann goldener lotus auf ehrfürchtig die himmlischen erhabenen auf ehrfürchtig oder drei rare mobs hier im tal umklatschen ich bin ehrlich wahrscheinlich am schnellsten geht es das mit den rare mobs noch zu kombinieren aber bei mir war es einfach so dass ich teilweise ewig lang rum geflogen bin und keinen einzigen rare mob gesehen habe weswegen ich mich dann irgendwann dafür entschieden habe weißt du was wir fahren jetzt einfach ruf beim goldenen lotus und das klingt vielleicht erst mal ätzend es ist aber gar nicht so schlimm wie es den anschein hat denn ihr bekommt wenn ihr das gedöns abgibt 2400 ruf mit einer einzigen quest also das ist tatsächlich schon mal ganz okay ich habe jetzt insgesamt drei mal oder das ist jetzt das dritte mal dass ich hier dailies mache man ist in der regel in zehn minuten durch und am ende hat man da ehrfürchtigen ruf also das geht meines erachtens nach schon klar und vor allem wenn man diese quest hier hat es gibt immer eine quest die euch in diese google hallen führt immer ich glaube man muss immer irgendeine art von artefakt bergen und was ihr hier machen könnt wenn ihr keine lust habt zu questen oder keine anderen sachen zu questen dann scheppert diese dicken dudes hier um die geben euch nämlich 80 ruf pro kill und da kann man hier war scheinbar schon mal vorher jemand drin weil einige der mobs nicht mehr am start sind aber wenn man das noch mitnimmt kann man auch hier in ein so einem run keine ahnung in kürzester zeit mal ein paar tausend ruf mit sich gönnen also das ist schon ganz in ordnung ihr seht es fehlen jetzt noch rund 6000 ruf wenn ich das jetzt alles hier mit mobs aus diesem teil machen wollen würde da müsste man noch ganz gut was wegfarben da weiß ich nicht ob ich da bock drauf habe mal gucken wie viele ads noch spawnen aber ich will zumindest versuchen möglichst wenig möglichst wenig möglichst wenig quests abzuschließen einfach der bequemlichkeit halber aber theoretisch ihr seht mit dem ruf den ich jetzt habe ich habe noch vier quests offen die alle über 2000 ruf geben ich müsste jetzt noch drei stück abschließen und dann wäre die quest geschafft ihr seht es man muss dann hier an den seiten so geisterwände deaktivieren hier kann man meines wissens nach auf diesen blitzi dingens also diesen gelben feldern kann man sich bewegen ohne dass was passiert und da hinten in der ecke ist die dritte kugel die man anklicken muss da ist noch ein jadekrieger den wir töten und ihr seht es also ich habe jetzt kein gutes gear mit 320 aber wenn dann da mal was weg prockt dann tut das schon ganz gut weh und man tötet die mobs ziemlich schnell um dafür dann 80 ruf zu kriegen also ich würde jetzt mal behaupten das ist schon ganz in ordnung keine ahnung ob der dude jetzt hier sogar mehr ruf gibt das testen wir jetzt einfach mal das wäre cool wenn der so 1000 geben würde 400 immerhin und ein uralter gulei thruhen schlüssel also auch da lohnt es sich den mitzunehmen jetzt fehlen uns noch ja 5000 ruf ungefähr 2,4 k kriegen wir durch die quest also wären wir bei 18,2 während 3000 ruf das werde ich hier drin jetzt nicht alles farmen aber ein paar mobs nehmen wir jetzt an dieser stelle noch mit vor dem hintergrund dann muss ich nur noch eine quest am ende erledigen und das macht es ein bisschen angenehmer also die quests sind jetzt nicht so super schlimm und ja kann man schon ganz okay spielen würde ich sagen aber gerade habe ich nicht so lust drauf gerade habe ich nicht so lust drauf komm komm ran komm ran warum warum nicht im sichtfeld was ist das ich stehe direkt vor dir bruder ich stehe direkt vor dir so 240 ruf mehr in den sack gepackt heißt wir müssten kommen auf ich bräuchte noch 1000 ruf hierher also über zehn mobs okay das wird vielleicht doch schwierig weil gerade hier keine sind aber mal gucken vielleicht können wir hier in der vorhalle noch ein paar zusammen peitschen ich glaube diese steinwächter jetzt die geben keinen ruf wenn mich nicht alles täuscht die aber auf jeden fall die auch wobei warte mal hier ist doch richtig was los würde ich sagen dann können wir den ganzen scheiß zusammen ziehen slappy hands an und abfahrt und dann holen wir uns noch den ganzen bumms da oben und dann sollten wir die quest abgeben können dann noch eine in dem lager machen und wir haben ehrfürchtigen ruf wenn mich nicht alles täuscht so dich töten wir noch sterbt komm sterbt danke wo stehen wir jetzt 17 4 2,4 k bekomme ich dann wären wir bei 19 6 okay ich habe sogar zu viel gemacht lol habe ich sogar zu viel gemacht aber ist ja wurscht es reicht aus es reicht aus und das ist die hauptsache jetzt können wir hier wieder raus gehen wir erstmal zurück ins lager so dann geht man hier die quest ab wir halten die dunkelheit fern die bröckelne halle was warum habe ich hier zu viel ruf gekriegt okay scheinbar gibt die quest sogar noch mal mehr ruf euer ruf bei der fraktion goldener lotus hat sich um 3760 verbessert nun ja damit sind wir ehrfürchtig und damit haben wir hier die zügel der schlange des astralkaisers bekommen ähm habe ich gerade ehrlich gesagt nicht mit gerechnet aber ist ja am ende nicht so wild unverhofft kommt oft und in dem fall natürlich lassen wir uns das schmecken mhm so und da haben wir es zügel der schlange des astralkaisers sehr sehr schickes mount wie ich finde ähm wie ihr es bekommen könnt habe ich euch ja jetzt erzählt das ist dann quasi das recolor des elegon mounts aus dem mugushan gewölbe aber ja ich finde ist schon äh ziemlich sexy das ding wenn ich das mal so sagen darf damit hätten wir das also geschafft ging äh doch noch mal schneller als ich gedacht hätte wie lange haben wir jetzt gespielt für die bisschen weiß ich sechs sieben minuten vielleicht und ich habe halt noch die mobs getötet ähm deswegen ich fand dieses warum kann ich gerade warum kann ich mich nicht bewegen ich fand eigentlich dieses ruf haben jetzt gar nicht so wild das waren vielleicht 10 15 minuten pro tag ähm plus das was gerade war dafür musste ich nicht die ganze zeit dummen rare mobs absuchen das hat mir ehrlich gesagt mehr spaß gemacht aber gut ich habe das mount was ich haben wollte damit bin ich happy und damit danke ich euch fürs zusehen bis zum nächsten video habt eine gute zeit reingehauen bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal